Alexa, play the last sound. In einer Stellungnahme erklärte das Unternehmen, Alexa höre gelegentlich fälschlich den Satz, Alexa, lach. Der Satz, der ein Lachen auslösen soll, werde nun in Alexa, kannst du lachen, geändert. Außerdem werde Alexa zukünftig das Lachen ankündigen. Mit Ausnahme des chinesischen Marktes gilt Amazon auf dem Gebiet der sprachgesteuerten Assistenten als führend, dicht gefolgt von Google. Untertitelung des ZDF, 2020